Dieses fantastische Bauprojekt und dieser Fortschritt sind genau das, was unsere Stadt braucht. Es ist mir eine große Ehre, St. John's zu dienen. Auch wenn wir schon sehr viel erreicht haben, es liegt noch viel Arbeit vor uns, Ladies and Gentlemen. Und deshalb stelle ich mich auch wieder zur Wahl, um die Arbeit zu beenden, die Sie und ich begonnen haben. Was der Bürgermeister sagen will, ist, er will den alten Leuchtturm abreißen lassen und die ganze Umgebung zupflastern. Was Mr. Slade behauptet, hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und wissen Sie was? Ich freue mich darauf, über dieses Thema mit ihm und den anderen Kandidaten zu diskutieren. Der gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Was sollte der Schwachsinn? Du bist ein Weichei! Du kannst mir nicht einfach die Haare versengen, ich habe auch Gefühle. Hört auf, ihr zwei! Guten Morgen! Wer ist das? Na warte, Stini! Hey, 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 hey! Wow! Da ist sie weg. Wer ist sie? Ich muss in den Pub. Was ist hier eigentlich los? Du fragst mich, das sind deine Kinder. Es reicht. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ja? Wir müssen sofort die Mandantin treffen. Aber ich dachte, der Termin wäre in einer Stunde. Vorverlegt. Ich muss los. Danke, dass Sie gekommen sind. Will einer der gutaussehenden Herren vielleicht was kaufen? Ich will das Objekt noch einer Kundin zeigen vor dem Sammeltermin in einer Stunde. Wir brauchen nicht lange. Es steht seit sechs Monaten zum Verkauf. Ich werde es einfach nicht los. Wie können wir Ihnen helfen, Miss St. Croix? Ich entwickle ein Großprojekt in den Southside Hills. Oh ja, Ocean Point. Genau. Aber jemand will das verhindern. Es ist ein umstrittenes Projekt. In den Southside Hills zu bauen ist für alle Beteiligten bestimmt enorm lukrativ. Ja, und bisher haben sich 25 Kaufinteressenten das Vorkaufsrecht gesichert. Jetzt macht jemand diesen Leuten weiß, dass das Land mit giftigen Altlasten kontaminiert ist. Ich glaube, ich weiß wer. Wer? Mein Ex-Mann, der Dreckskerl. Brad Babcock. Brad ist im Moment mein größter Konkurrent. Bei unserer Scheidung wurde mir sein Anteil an dem Projekt zugesprochen. Und jetzt versucht er sich zu rächen. Ich möchte, dass Sie das beweisen, damit er aufhört. Ist er schon mal straffällig geworden? Noch nicht. Aber das kommt noch. Hören Sie das auch? Was ist das? Als wenn Wasser laufen würde. Tonya, entschuldige mal. Ich bin im Kundengespräch. Du hast nicht gesagt, dass noch Freunde kommen? Ist das... Der Mann für alle Fälle. Brad Babcock. Du verdammter Mistkerl. Das ist meine Kundin. Ich glaube, das Geschäft hat er schon im Sack. Du hast eine beschissene Abschlussquote. Ist doch klar. Das war meine Kundin, verdammt. Tonya, immer locker bleiben. Entspann dich. Wo ist das Problem? Du hast gerade meine Kundin gefögelt, mein Lieber. Das ist das Problem. Eifersucht ist Tonyas größtes Hobby. Hör zu. Geschäft ist Geschäft. Sie brauchte einen absoluten Vollprofi. Also kam sie zu mir. Brad Babcock. Der Mann für alle Fälle. Klasse. Brad, versuchen Sie Tonjas Projekt zu sabotieren? Was? Nein, das ist lächerlich. Sie waren nicht sauer, als Sie ihren Anteil verloren haben? An dieser Ocean Point-Sache? Ocean Point? Die Stadt wird das niemals absegnen. Justin Slate sorgt dafür. Ist das der Kontrahent vom Bürgermeister? Ja, und Gott behüte, dass er gewählt wird. Er ist grundsätzlich gegen neue Bauvorhaben. Oh, geil. Wieder was verkauft. Nicht schlecht? Ich muss los, Leute. Wenn ihr was sucht. Ich kenne Leute, die verkaufen. Danke. Tonya, Babe, wenn du zu den Siegern gehören willst, solltest du kämpfen. Machen Sie sich nichts draus. Wenn Ihre Vermutung stimmt, finden wir es raus. Wir werden ihn unter die Lupe nehmen. Ich habe jeden Cent, den ich besitze, in den Deal investiert. Ich könnte alles verlieren. Also bitte gehen Sie der Sache auf den Grund. Wir tun, was wir können. Wir sehen uns. Geben Sie das hier. Justin Slate ist eine Witzfigur. Er ist ein Opportunist. Wenn sich solche Leute wie er durchsetzen würden, käme die Stadt nie voran. Ja, aber er hat auch gute Argumente. Ich meine, keiner will, dass die Stadt wie ein Einkaufszentrum aussieht. Was? Das ist ein wunderschöner Ort, den dürfen wir nicht verschandeln. Jetzt komm mir bitte nicht so. Ich brauche dich unbedingt auf meiner Seite. Die Leute hören auf den Kerl und das zeigt sich schon in den Umfragen. So was darfst du nicht außerhalb dieser vier Wände sagen, okay? Legst du mir einen Mollkorb an? So habe ich das doch nicht gemeint. Weißt du, ich brauche dich jetzt als Leslie Bennett und nicht als Sergeant Bennett, okay? Ich wollte nur, dass du weißt, was dich erwartet. Das weiß ich. Diese Sache ist eine Ausnahme, verstehst du? Ja. Der Mann für alle Fälle, Brad Babcock. Er hat keine Vorstrafen, aber seine Finanzen haben unter der Scheidung sehr gelitten. Manche Männer unterschätzen einfach die Liebe einer guten Frau. Sind deine Haare angesenkt? Was? Nein, nein. Ein bisschen vielleicht. So eine Art Liebesbeweis. Ein feuriger. Wer ist das? Das ist Justin Slate. Er ist der neue Retter der Stadt. Meint er jedenfalls. Ja. Er war sowas wie ein Aktivist in seinen Studentenjahren. Er hat mit Eiern auf Politiker geworfen und wurde einige Male wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaftet. Wirklich? Dann reden wir mit ihm. Ein Bürgermeisterkandidat, der ein Bauprojekt sabotiert? Das würde mich nicht wundern. Es ist schon Schlimmeres passiert. Lass uns gehen. Bis dann, Ross. Ja, bis später. Das ist ein toller Fall. Der nächste Tag in der Tretmühle. Soll ich uns einen Kaffee besorgen? Tee? Kaffee? Tee? Kaffee? Wie du willst. Dann nehme ich... Kaffee. Und so weiter. Was? Sie denken, ich will Tonja St. Croix Immobiliengeschäfte verhindern? Das wäre aber kein kluger Zug von mir. Aber Sie sind doch gegen Ocean Point und wie man weiß, nehmen Sie die Dinge auch gern mal selbst in die Hand. Hören Sie. Ich freue mich über jeden, der diese Frau auffällt. Und ich werde dafür sorgen, dass dieses furchtbare Projekt nicht gebaut wird. Aha. Und wie wollen Sie das erreichen? Auf dem legalen, politischen Weg. Sehen Sie mal her. So sehen die Southside Hills im Moment aus. Und so, wenn Miss St. Croix Immobilien bekommen wird. Wow. Aus dem Grund will ich Bürgermeister werden. Wir müssen die Stadt lebenswert erhalten. Bürgermeister Clark hat eigene Ziele. Danke für das Gespräch und viel Glück mit der Kampagne. Danke sehr. Sie sind doch Privatdetektiv, oder? Ja. Ich habe vielleicht was. Etwas, was die Leute über Bürgermeister Clark erfahren sollten. Interessant. Es geht um mehr als die Ocean Point Sache. Ich könnte einen Detektiv brauchen, der mir hilft, es aufzudecken. Wenn Sie denken, ich könnte Ihnen helfen, rufen Sie mich ein. Wiedersehen. Was war das denn? Ähm, nichts. Da wären wir. Deshalb also die ganze Aufregung. Klar, dass die Leute so einen Ausblick wollen. Nur schade, dass es die Stadt ziemlich verschandelt. Alle Vermessungsstäbe wurden heute Nacht rausgerissen. Drei LKW-Motoren wurden sabotiert und in den Container eingebrochen. Ja, überrascht Sie das? Wahrscheinlich wollen die Leute das Projekt nicht. Den Fortschritt kann man nicht aufhalten. Und wenn wir es nicht machen, dann macht es jemand anderes. Und zu unserer Verteidigung, wir wollen die optische und kulturelle Identität der Gegend so gut wie möglich erhalten. Okay, äh, tja. Ich denke, ich sollte mich jetzt etwas umsehen. Natürlich. Dürfen Sie. Sollten Sie nicht Fingerabdrücke nehmen oder sowas? Immobilienführer. Mann, wird das hässlich. William Cadigan Clark. Der Bürgermeister hat hier gekauft. William Cadigan Clark kommt wieder an die Tafel. Findest du das nicht ein wenig voreilig? Er hängt da irgendwie mit drin, ich weiß es. Rose. Okay, er hat einen ganz normalen Finanzierungsplan, alles rechtmäßig. Er hat ein Haus gekauft, aber das ist ja nicht verboten. Nein, das nicht, aber er hat ganz klar ein eigennütziges Interesse an diesem Goldesel von einem Schandfleck. Du wirfst ihm was vor, was vielleicht gar nicht stimmt. Ich werde mit jemandem sprechen, der eingeweiht ist. Wir reden später mit Tonja. Ich gehe dann mal wieder rüber ins Haus. Ich muss Feinwäsche waschen und soll ich für später eine DVD leihen? Nein. Okay, wir können noch ins Kino gehen. Oh, in den über den Typen, der halb Wolf, halb Delfin ist. Wolfin. Ich mag normalerweise keine Komödien, aber der ist wirklich klasse. Hört sich gut an. Nein, 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 nein. Rose und ich, wir brauchen mehr Zeit für uns. Ja. Super, dann überwache ich mir Tini, den Mann für alle Fälle. Brad Babcock. Oh, okay. Aber vergesst nicht, egal was er macht oder wo er hingeht, redet nicht mit ihm. Oh nein, was sollen wir noch machen? Zwei Teenager im Haus sind mindestens zwei zu viel. Sie verstehen sich ziemlich gut in letzter Zeit. Das merkt man daran, wie sie ihn immer schlägt. Denkst du, wir sollten mal mit ihnen sprechen? Kann nicht schaden. Glaubst du, wir werden je für uns sein? Ich wäre schon froh, wenn nicht noch mehr bei uns einziehen würden. Nein, 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 Leslie, warte doch mal. Leslie, bitte. Ich muss kurz mit dir reden. Es ist wichtig. Ich habe keine Lust, mir von dir immer den Tag versauen zu lassen. Also bringen wir es hinter uns. Weißt du, dass dein Freund, der Bürgermeister, sich beim Ocean Point Bauprojekt ein Haus gekauft hat? Woher weißt du das? Ich war da und habe seinen Namen auf einem Plan im Baucontainer gesehen. Okay, aber das ist doch nicht verboten. Aber es sieht auch nicht gerade gut aus, Leslie. Ganz ehrlich, Jake, ich finde, das geht dich gar nichts an. Also halt dich da gefälligst raus. Ich habe nur gedacht, dass du das vielleicht wissen willst. Ich brauche einen großen, starken Mann. Ich muss jetzt weiter. Ja, okay. Dann geh. Dann geh. Was machst du? Um auf eine Überwachung vorbereitet zu sein, muss man sich vorbereiten. Wir brauchen Infos über den Makler, Brad Babcock. Ist dringend. Überwachung. Mhm. Und wie stellst du dir das vor? Wir beobachten ihn. Keine Chance. 40 Dollar für dich, wenn du kooperierst. 50. Okay, aber ich wäre auch bis 60 gegangen. Dann 60. Gut verhandelt, Tini Doll. Gut verhandelt. Über manche Dinge sollte man nicht reden. Wir müssen unbedingt bei allen Wählern an die Tür klopfen. Es geht um jede einzelne Stimme. Hey, hey. Wenn da nicht die Sonne aufgeht. Hi. Hi. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du bist zu ernst. Wir reden nachher weiter. Okay, gut. Danke. Besitzt du eine Immobilie bei dem Großprojekt Ocean Point? Was? Wer hat dir das gesagt? Jake hat deinen Namen gesehen. Den er arbeitet für Tonya Senkua. Also stimmt das? Woher hat er diese Information? Aus dem Bauleiterbüro. Von der Baustelle. Okay. Dann hat Jake Doyle es ruiniert. Was meinst du damit? Die Überraschung. Keine Angst. Es ist alles ganz legal. Ich habe es nach der Genehmigung gekauft. Und ich weiß, es sieht wie ein Interessenskonflikt aus. Aber glaub mir, der Stadtrat weiß Bescheid. Aber wieso kaufst du denn da oben? Na ja, was denkst du denn? Für uns. Hallo? Hallo. Hi. Was ist das alles? Grüße von meinem Ex-Mann. Du hast ihm so viel Angst eingejagt, dass er mir all meine Sachen geschickt hat. Tja, er muss wohl noch einiges lernen. Was Verpackung betrifft. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das ist so viel. Die blöde Wohnsituation und die ganzen Sachen. Ich könnte ausflippen. Beim Avalon-Einkaufszentrum gibt es einen tollen Flohmarkt. Da könnten wir es verkaufen. Und einen kleinen Gewinn machen. Das ist alles, was ich habe, Jake. Ich meine es ernst. Das gehört zu meinem Leben. Wir können uns auch von meinem Dad den Pick-up borgen. Dann laden wir alles auf und bringen die Kartons irgendwo im Büro oder im Pub unter. Okay? Danke. Aber ich brauche bald was Eigenes zum Wohnen. Oder ich werde verrückt. Eine Wohnung für mich oder... Oder? Oder? Jetzt mal ehrlich. Hast du mal darüber nachgedacht, was unser nächster Schritt sein würde? Oder sein wird? Weißt du, Alison, ich finde nicht, dass wir zusammenziehen sollten, nur weil wir beide was zum Wohnen suchen. Ja, ich weiß nur... Ich... Oh, das ist der, der ist im Moment irgendwie deprimiert. Der nimmt auf einmal alle in den Arm. Ja. Kannst du zur Baustelle kommen? Hier ist eine Demo. Hier geht's ab. Gut, okay. Ich mach mich auf den Weg. Ich muss, die Arbeit ruft... Äh, ja, aber, ähm... Wir reden später weiter. Okay. Gut. Bis dann. Sie zerstören das Gesicht von St. Johns mit diesem monströsen Bauprojekt. Sie haben überhaupt kein Recht, hier zu sein. Wir haben die Genehmigung vom Stadtrat. Dieser Stadtrat ist ein absoluter Witz. Sie versuchen doch nur ein paar Wählerstimmen zu gewinnen. Hey, wow, wow. Herrschaften, immer mit der Ruhe beruhigen Sie sich. Ich bin sicher, dass wir irgendeine zufriedenstellende, gewaltfreie Lösung finden. Es reicht mir jetzt. Ich werde die Polizei rufen. Warten Sie. Wieso haben Sie Angst davor, in aller Ruhe darüber zu diskutieren? Sie können mich mal. Riechst du das? Ja, klar. Gas. Das kommt doch von... Von dem Container. Oh, oh. Dad. Tonja. Los, kommen Sie. Weg hier. Los, schnell, schnell. Halt mal den Deck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Haar. Kommen Sie. Es ist sehr bedauerlich, aber ich versichere Ihnen, ich habe nichts damit zu tun. Wir haben einen Augenzeugen. Der sagt, dass Sie den Container ein paar Stunden zuvor mit den Dokumenten verlassen haben. Einen Augenzeugen, dann klagen Sie mich an. Bei einem der Gassirfen. In dem Büro ist die Flamme ausgegangen, sodass das Gas ausgedrückt wird. So kann man die Konkurrenz auch im Auge behalten. Ich bin nur hier, um Leslie zu überraschen. Dann weiß Leslie also nicht, dass Sie das Verhör Ihres Konkurrenten belauschen, der Ihren Job haben will. Ich bin kein Anwalt und kein Cop, aber ich bin sicher, das ist nicht okay. Wissen Sie was? Ich habe die Nase voll von Ihrem Interesse an Leslie und auch von den Spielchen, die Sie mit ihr spielen. Ach, ich bin hier der, der Spielchen spielt? Gut. Hören Sie, Clark. Ich werde beweisen, dass Sie Dreck am Stecken haben. Ist das wahr? Mhm. Ist es. Ich werde Sie wie eine Zwiebel schälen, Schicht für Schicht, bis ich an Ihr verfaultes Innere komme. Schade, dass Sie sich nicht so für Ihre Freundin interessieren wie für meine. Das ist für Sie sicher schwer zu ertragen. Hey! Was ist denn hier los? Gar nichts. Wir haben uns nur etwas unterhalten. Wir sehen uns. Du darfst dich hier nicht aufhalten. Du musst gehen. Wir sehen uns zu Hause. Okay. Hey! Wo ist Tonja? Unter der Dusche. Sie sagt, sie wäre verschwitzt. Aber sie wollte mir trotzdem eine Wohnung andrehen. Okay. Die Kops meinen es mal Brandstiftung. Wer profitiert davon, das Büro in die Luft zu jagen? Was denkst du? Brad Babcock. Er ist dick im Geschäft. Bei ihm werden die Käufer und Investoren Schlange stehen, wenn Tonja untergeht. Sie verliert das Projekt. Brad springt ein und kauft alles zum Dumpingpreis. Ja, Jake. Da steht eine Frau unter der Dusche. Sieh mich bitte nicht so an. Ich meine, ich habe eine Freundin. Also lass uns einfach weitermachen. Weißt du was? Ich bin überzeugt davon, der Bürgermeister steckt da mit drin. Du bist ja von dieser Idee richtig besessen. Ich bin nicht davon besessen. Was weißt du denn schon? Du bist keine Hilfe. Wo willst du hin? Hi! Hi. Sind wir allein? Ja, wir sind allein. Mein Dad ist gerade gegangen, um... Gut. Wie geht's Ihnen? Sie müssen sehr geschockt sein wegen der Explosion und... Ich fühle mich schon besser. Oh, das ist schön. Und hier leben Sie also? Ja... Dagegen könnten wir zwei doch was unternehmen, oder? Es gefällt mir hier ganz gut. Entschuldigung. Das ist mein Handy. Verzeihung. Hey. Hallo. Hast du den Wagen von deinem Dad? Äh, nein, noch nicht. Ich hatte keine Zeit. Übrigens, bei mir sitzt gerade eine Immobilienmaklerin im Moment. Wow. Das ist ja eine schöne Wendung. Alison, du solltest wissen, dass sie eine... eine Kundin ist. Eine Kundin. Ach, Jake. Ist okay. Ich, äh... Ich will dich doch nur etwas aufziehen. Meistens jedenfalls. Aber gib ihr ruhig meine Nummer. Ich brauch ne Wohnung. Ich melde mich nachher. Bis dann. Wissen Sie, wir könnten ja mal über eine schöne Wohnung für Sie und Ihre Freundin reden. Mit Aussicht, vielleicht. Was machen Sie denn da? Man sagt, ich mach gute Abschlüsse. Wissen Sie, das ist, äh, ich glaube, selbst für mich etwas zu viel. Gut, dann besprechen wir die Einzelheiten danach. Was wissen Sie vom Bürgermeister? Hm? Clark, er hat bei Ihnen gekauft, nicht wahr? Ich darf nicht über Kunden reden. Aber ich hab jede Menge einflussreiche Kunden, die kaufen wollen. Oder hatte sie. Verstehe. Die Explosion kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Die Baustelle ist geschlossen und all meine Kundenakten sind verbrannt. Ich werde Wochen brauchen, um das in den Griff zu kriegen. Ich sollte da wirklich rangehen, das ist vertraulich. Jetzt sofort, also... Bin schon weg. Hier ist Tonja. Da wären wir zwei wieder. Bei einer Überwachung. Ja, wie spannend. Willst du einen Snack? Ich hab ein paar Tee dabei. Nein, ich bin, ähm, ich bin satt. Ach ja? Ja, danke. Ist dir zu warm? Zu kalt? Bestimmt zu kalt. Wird gleich warm. Oh mein Gott, au! Was für ein Staub! Schalt das ab! Lass mal sehen, lass mal sehen. Ich kann das, okay? Aber vorsichtig. Okay. Ich sehe nichts. Ich sehe da nichts. Echt nicht? Dann ist da wohl auch nichts. Zielperson kommt. Was? Zielperson kommt. Der hat eine Kettensäge. Oh Gott, der zersägt das Haus. Oder Menschen, zersägt er damit Menschen? Das müssen wir uns näher ansehen. Nein, 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 nein. Wir rufen Mel und Jake an und machen dann den Hochzeitstermin. Ich meine, nein, wir müssen warten. Nein, ich meine, wir müssen hier warten. Wir müssen Jake und Mel anrufen. Der Typ hat eine Kettensäge. Ich dachte, du wolltest mal so langsam Verantwortung übernehmen. Ja, klar. Mach ich doch, indem ich bestimme, dass wir auf Hilfe warten. Warte nicht auf Anweisungen. Du musst sofort handeln, wenn sich die Gelegenheit bietet. So, Tini. Nein, den Job. Das. Ich meinte damit den Job. Also los. Es sei denn, es sei denn, du möchtest hierbleiben. Das wäre auch cool. Nein, gehen wir. Das. Hey, toll, der will nicht, dass seine Opfer betrunken Autofahren. Ich weiß nicht, Das. Hier stimmt was nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der zersägt jemanden. Das nicht. Das ist das. Oh, deine Idee. Oh mein Gott, der ist nicht schön, mitten in einem Einbruch überrascht zu werden. Ich bitte um Verzeihung. Ich weiß, das macht keinen guten Eindruck, aber Justin will eine Schmutzkampagne mit gefälschten Dokumenten gegen mich starten. Ich wollte nur sehen, was er so plant, damit ich mich verteidigen kann. Ich weiß, Sie sind ein Idiot, aber halten Sie mich bitte nicht für einen. Wissen Sie was? Es reicht mir mit ihm. Oh, so ist das also. Stellen Sie sich nicht so an. Stehen Sie auf. Mein Gott. Sagen Sie mir, was Sie hier suchen. Das habe ich schon die ganze Zeit mit ihm vorgehabt. Also bisher wissen wir nur über Brad, dass er auf die ein oder andere Weise seine Geschäfte abschließt. Aber er hat immer noch ein Motiv, Tonja zu ruinieren. Jetzt vergiss doch mal Brad, den Mann für alle Fälle. Wir müssen rausfinden, wieso der Bürgermeister in Justins Büro eingebrochen hat. Vielleicht hat Justin auch was zu verbergen. Oder es geht um dreckige Politik. Der Bürgermeister hängt da mit drin. Ich weiß es, er ist darin verwickelt. Jake, was sollen wir denn machen? Wir werden dir alle bei dieser Sache helfen, wenn du willst. Aber ich glaube, dass sich deine Gefühle für Leslie zu sehr beeinflussen. Ich werde es beweisen. Wieso soll er Ocean Point verhindern, wenn er das Projekt öffentlich unterstützt? Lass das mit dem Bürgermeister ruhen. Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Wie du meinst. Okay. Ich halte mich zurück. Du hängst dich an, Tonja. Ich hänge mich an, Brad. In Ordnung. Ich weiß, wie man so einen Kerl aus der Reserve lockt. Bis später. Hi. Ja. Ich möchte meine Immobilie bewerten lassen und bräuchte den Mann für alle Fälle. Hallo. Ein polizeilich registrierter Kandidat. Sie werden gewinnen. Was kann ich für Sie tun? Spüren ihn Sie für den Bürgermeister? Nein. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich gesehen habe, dass der Bürgermeister hier eingebrochen hat. Russell, mach Pause. Danke. Unglaublich. Wir haben schon gemerkt, dass jemand hier war, aber dass der Bürgermeister so tief sinken würde, er ist ein richtiger Gauner. Ja, das kann man so sagen. Sie rufen besser die Cops. Ich mache eine Aussage. Ich meine, wenn Ihnen das was bringt. Ich überlege es mir. Ich werde es auf die Liste mit seinen Schweinerellen setzen. Apropos. Wissen Sie ihm, dass er Eigentum in Ocean Point gekauft hat? Ja. Und ich weiß noch mehr. Wirklich. Klären Sie mich auf? Ich interessiere mich für die Wahrheit. Werde ich tun, Jake. Wenn die Zeit reif ist. Danke fürs Kommen. Ich finde, Sie werden ein guter Bürgermeister. Konjunktiv? Wir werden sehen, aber danke für Ihr Vertrauen. Hey, Jake. Hi. Danke für deine Einladung zur Hausbesichtigung. Hört sich vielversprechend an. Meine Einladung zur was? Jetzt hör auf. Wegen dem Haus. Deine Maklerin hat angerufen. Meine Maklerin? Ach ja. Tonja St. Kra. Sollen wir uns da treffen oder soll ich dich irgendwo abholen? Ähm, das überlasse ich ganz dir, Schatz. Ladies, ich muss sagen, es gefällt mir gut, was ich hier sehe. Und das Haus ist auch nicht schlecht. Äh, eine Frage noch. Sie beide sind Schwestern, nicht? Genau. Ähm, äh, glauben Sie, wir kriegen einen guten Preis? Ein viktorianisches Haus um die Jahrhundertwende in bester Innenstadtlage. Kein Problem. Toll. Also, äh... Dann, äh, zeigen Sie mir doch mal, was Sie so haben. Wollen wir doch oben gehen ins Schlafzimmer? Äh, klar. Okay. Folgen Sie mir. Wunderbar. Ich bin schon sehr gespannt. Nach Ihnen. Nein, bitte, nach Ihnen. Wie Sie wollen. Ja, ich weiß. Ja? Hey, zehn Minuten. Okay. Gute Arbeit, Junge. Jake brüllt mir die Anweisungen immer zu. So ist es besser. Wow. Alles tun, um mich nicht zu enttäuschen? Okay. Gut. Das wollte ich immer schon mal klären. Es war mir ein Vergnügen, Ladies. Rufen Sie mich an, wenn ich inserieren soll. Oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Oder auch einfach so. Klar. Machen wir. Die Schätzung steht auf der Rückseite meiner Karte. Sie werden sehen, das Angebot ist wirklich scharf. Oh Mann. Na gut, Sie haben ja meine Karte. Bis dann. Widerlich. Allerdings. Oh, scheiße. Was ist denn? Nichts, ich muss weg. Oh, und halt dich von desfern. Bill? Bill? Was wisst ihr über Justin Slate? Ich muss das wissen. Willst du, dass ich deinem Kontrahenten irgendwas anhänge? Leslie, bitte. Das Rededuell steht kurz bevor ich rutsche in den Umfragen ab. Alles, was du mir über den Kerl sagen kannst, könnte mir jetzt helfen. Willst du mir irgendetwas sagen? Das kommt mir alles sehr komisch vor. Es ist alles ganz normal. Ich versuche eine Wahl zu gewinnen. Justin glaubt, du bist in etwas Unmoralisches verwickelt. Was auch immer es ist, er will es in der nächsten Debatte ansprechen. Also sag mir die Wahrheit. Jetzt sofort. Ich kann dich nicht überzeugen. Ich wünschte, du würdest mir so vertrauen wie Jake Doyle. Ich muss hier mal raus. Wir können alles ändern, was Ihnen nicht gefällt. Wenn Sie einen Marmorboden im Flur wünschen, müssen Sie es nur sagen. Tut mir leid. Augenblick, bitte. Ich finde das Haus fantastisch, Jake. Ja, es ist auf jeden Fall ein Haus. Das große Schlafzimmer hat einen Kamin. Oh, hey, wieso schaust du dir das nicht mal an? Und denk an etwas Schmutziges. Ich muss da rangehen. Ja? Jake, hier ist Justin Slade. Ich muss Sie sehen. Ich will Ihnen etwas zeigen. Sie sind der Einzige, dem ich vertraue. Okay. Wann? In einer Stunde in meinem Büro. Ich muss noch ein paar Vorkehrungen treffen. Vorkehrungen? Wir sehen uns dann. Ja, gut. Jake, das Haus ist für uns wie geschaffen. Sie haben noch nicht die Aussicht von der Terrasse gesehen. Kommen Sie. Kommst du hin? Nein, die Arbeit ruft. Ich muss weg. Aber wie wäre es, wenn du dich umsiehst und viele Fotos für mich machst? Ich rufe dich nachher an, okay? Okay. Tonja, ihr... Ja, hallo? Hallo? Leslie, wieso rufst du mit dem Handy vom Bürgermeister an? Und wieso telefonierst du so oft mit Bill? Er hat die Nummer x-mal gewählt. Das ist das Handy von meiner Mandantin, Tonja Sancroix. Du kennst sie, die mit dem Bauprojekt am Ocean Point und so. Von der er das Haus gekauft hat. Aber das macht auch Sinn. Ich meine, er ruft seine Maklerin an. Leslie. Vergiss es, Jake. Aber... Hey, ich dachte, du wärst weg. Bin ich auch. Bis später, dann... Also, sieh dich um. Viel Spaß. Lass dir alles erklären. Und mach Bilder. Der Immobilienmarkt scheint zu boomen. Das ist aber eine Menge. Äh... Denkst du im Ernst, wir sollten verkaufen? Hey, Leute. Hey. Danke, Dad. Nein. Wir haben doch keinen Grund zu verkaufen. Ach. Ach. Justin? Oh, nein. Keine Zeugen. Niemand hat was gesehen. Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf getroffen. Hat er gesagt, was er mit dir besprechen wollte? Ähm... Er sagte, dass er mir unbedingt etwas zeigen wollte. Und dass ich der Einzige wäre, dem er vertraut. Jake. Denkst du, dass... Denkst du, Bill könnte das getan haben? Wieso fragst du? Ich hab ihm gesagt, dass Justin etwas... ... ausgegraben hat gegen ihn. Ich weiß nicht, Leslie. Keine Ahnung. Ehrlich. Tut mir leid. Hallo? Tonja, es ist etwas passiert. Was ist denn? Jemand hat Justin Slate getötet. Oh, mein Gott. Aber wer würde sowas tun? Das weiß ich nicht. Aber wäre es auch wahr. Ich glaube, derjenige hat ein Problem mit ihrem Bauprojekt. Sie sind in Gefahr. Bleiben Sie zu Hause, bis Sie von mir hören. Augenblick mal. Woher habt ihr das Foto? Oh, Mel und ich, wir haben ein wenig gemeinsam geschnüffelt. Die haben wir in Brads Wagen gefunden. Immobilienführer. Die kommen mir bekannt vor. Die hab ich gesehen, als ich in Tonjas Bauleiterbüro war, bevor es in die Luft flog. Dann muss Brett unser Mann sein. Ja. Hör zu. Brett hatte Ärger mit Tonja, nicht mit Justin. Ja, aber wenn Brett Tonja das Projekt wegnehmen kann... ...musste er Justin aus dem Weg räumen, um zu bauen. Halt die Klappe. Okay. Ist doch klar, der Bürgermeister ist der Hauptverdächtige. Denk doch mal drüber nach. Er wusste, dass Justin Informationen über ihn ausgab. Vielleicht war er schon zu nah an der Wahrheit dran. Das ist eine schwere Anschuldigung, Jake. Finde ich auch. Hi. Jake, kommen Sie sofort. Ich glaube, jemand bricht in mein Haus ein. Beeilen Sie sich. Rufen Sie die Cops an. Wir kommen sofort. Dad, wir fahren. Also los. Nein, nein, nein. Du bleibst hier. Dad? Entschuldige. Wieso verfolgst du mich eigentlich überall hin? Ich verfolge dich doch nicht. Tonja hat gesagt, dass wir herkommen sollen. Siehst du? Jetzt verschwindet, du verdammter Mist. Ken, nimm deine Hände von mir weg. Wieso brüllst du denn hier so rum? Was ist los mit dir? Was? Hey, was soll das? Ich hab nichts getan. Er wollte mich umbringen. Sehen Sie mal in seine Tasche. Okay. Uh, wow. Ich bin kein Experte, aber... Das sieht nach einer Mordwaffe aus. Ich hab keinen umgebracht. Ich war nicht mal in der Nähe von Justin Slate in der Nacht. Ich war auf sowas wie einer Party. Wirklich? Aber wieso tragen Sie denn die Mordwaffe in Ihrer Tasche mit sich rum? Ich schwöre, ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist. Wir wissen, dass Sie für die Sabotageakte an der Baustelle verantwortlich sind. Sie haben das Büro in die Luft gejagt. Tonjas Immobilienführer waren in Ihrem Auto. Ja, ich hab versucht, Tonja ein paar Kunden abzuluxen. Und das Büro geht auf meine Kappe. Ich dachte, wenn Tonja das Southside-Hills-Bau-Präsident... ...irkt fallen lässt, könnte ich es selbst übernehmen. Aber Sergeant, ich hab niemanden getötet. Na klar. Ich bin kein gewalttätiger Typ. Was denkst du? Es geht um ziemlich viel Geld. Heißt nicht, dass er ein Mörder ist. Wissen Sie, was ich denke? Sie haben vermutet, dass Tonja wusste, dass Sie Justin Slade getötet haben und Sie wollten Sie zum Schweigen bringen. Nein, nein, nein. Sie hat mich zu sich eingeladen. Wir wollten doch nur vögeln. Unser Sexleben ist ein wenig krass. Vor allem, wenn wir uns streiten. Ich sollte wohl besser einen Anwalt nehmen, oder? Ja. Seine Geschichte stimmt. Er war auf einer Schlüsselparty. Einer Schlüsselparty? So wie es aussieht, werden da Orgien abgehalten. 35 Leute bestätigen seine Teilnahme. Alles auf Video. Und wie machen wir weiter? Von vorne. Gut, ich werde mir das Video mal genauer ansehen zur Beweissicherung. Warum? Kommen wir fahren, Jake. Ähm, ich komme gleich nach, Dad. Also. Der Mörder läuft frei rum. Lass mich das erledigen. Ich habe den Bürgermeister beim Einbruch in Justins Büro erwischt. Und er war ziemlich verzweifelt. Ich muss jetzt wieder da rein. Ich rufe dich an, okay? Brett, der Mann für alle Fälle war es nicht. Ich weiß, wenn du verdächtigst. Oh, sieh mal. Der Umschlag ist für dich. Er ist von... Justin Slate. Jake, ich denke, das wird Sie interessieren. Justin. Justin. Den hat er vor seinem Tod eingeworfen. Was ist das? Ein Landvermessungsplan. Schon älter, so wie es aussieht. Und das ist eine Landurkunde, von dem Land, auf dem Ocean Point gebaut wird. Was ist damit? Tanja gehört das Land in den Southside Hills nicht. Wem denn dann? Es gehört uns. Das Land gehört der Krone. Das ganze Projekt ist illegal. Ocean Point wird auf staatlichem Grund gebaut? Das ist nicht zulässig. Das wollte Justin wahrscheinlich besprechen. Der Bürgermeister hatte das ja schon durchgedrückt im Stadtrat. Die bauen auf Land, das man nicht besitzen kann. Wenn das rausgekommen wäre, wäre das Projekt geplatzt. Und das wäre Tonjas Ende gewesen. Hallo? Leslie? Ihr haltet die falsche Person fest. Und, machen wir eine kleine Reise? Oh, Sie haben mich erschreckt. Ja, ja, ich wollte, ich wollte ein paar Tage wegfahren. Sie haben ja den Mörder gefasst, nicht wahr? Oh ja, das kann man so sagen. Sie haben Brad den Mord an Justin in die Schuhe geschoben. Wieso sollte ich sowas tun? Wahrscheinlich, weil Justin rausgefunden hat, dass sie auf Land bauen, dass sie ihn nicht gehört. Und deshalb haben sie ihn umgebracht. Dann haben sie Brad Babcock zu sich gerufen. Und den Hammer in seine Tasche gelegt. Und uns angerufen. Sie haben dafür keine Beweise. Da irren Sie sich. Sie haben zwar die Fingerabdrücke von dem Hammer abgewischt, aber nicht von der Tasche. Es war ein Unfall. Ach, Sie haben Justins Schädel aus Versehen mit einem Hammer zertrümmern? Nein, ich bin zu ihm gefahren. Ich wollte mit ihm sprechen und eine Einigung zwischen uns erreichen. Sie meinen mit Schmiergeld? Nein. Aber er wollte wohl kein Schmiergeld annehmen. Er hat mir gesagt, was er rausgefunden hat. Und dass er das ganze Bauprojekt zum Platzen lassen bringen wollte. Ich hab mir für dieses Projekt den Arsch aufgerissen. Wusste der Bürgermeister, dass das Land dem Staat gehört? Das könnte ihn im Verfahren nützen. Ja, er wusste Bescheid. Wir wollten es geheim halten, bis alle Häuser gebaut waren. Dann wär's zu spät gewesen. Und wieso hat er das für Sie getan? Ich habe ihn dafür bezahlt. Und er hätte eine Gewinnbeteiligung bekommen. Und ein kostenloses Haus noch dazu. Leslie, was ist los? Ich habe von dem Schmiergeld erfahren. Und von dem Haus. Aber ich vermute, das ist nicht alles. Es kam mir schon länger komisch vor. Ich kann dir das erklären. Weißt du... Nicht nötig. Tonja hat den Mord und ihre Geschäfte mit dir gestanden. Wir wissen, dass du vertuscht hast, dass sie auf staatlichem Land gebaut hat. Und ich weiß, dass du daran verdient hast. Justin wusste es auch. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Ich habe das für uns getan. Ich werde nicht ewig Bürgermeister sein. Ich wollte, dass wir abgesichert sind. Na komm. Leslie, ich bitte dich. Es wär wirklich nett, wenn du mir mal ne Pause gönnen würdest. Das habe ich schon getan. Wir hätten das auch vor allen Leuten besprechen können. Aber... Sergeant Hood? Ganz ehrlich. Ich war nie ein Fan von Ihnen. William Callaghan Clark, ich verhafte Sie wegen Betrugsverdacht. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was Sie sagen... Das waren Sie. Sie wollen mich fertig machen, weil Sie Leslie zurückhaben wollen. ...zu sprechen und einen solchen zu jeder Befragung hinzuzuziehen. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, werden Ihnen einer gestellt... Du hast nichts falsch gemacht. Das weißt du, oder? Ich habe geahnt, dass etwas nicht stimmt. Ich bin dem nicht nachgegangen. Das war falsch genug. Jetzt komm schon. Du darfst mich ins Kino ausführen. Du zahlst. Ja, gut, okay. Nein, ich habe morgen einen schweren Tag vor mir und... Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Daneben nicht. Damit könnten wir es uns ein paar Jahre an einem schönen Strand gemütlich machen. Was hast du da? Es war ein Martin. Pool? Mhm. Es tickt nicht. Mach es auf. Mach du es auf. Er ist dein Ex. Nein, du. Okay. Er ist echt krank. Ein Teddybär. Martin hat früher... ...die Sachen immer so geschickt. Als er noch geschmuggelt hat. Das war sein Trick. Oh, Mann. Das sind bestimmt... 300.000. Wie versprochen, lasst es euch gut gehen. Euer Martin. Jake! Was gibt's Neues? Ich war bei der Verhaftung vom Bürgermeister dabei. Das war sicher ein gutes Gefühl. Um ehrlich zu sein, Lesleys traurige Augen haben mir den Spaß ziemlich verdorben. Ich wollte mich gleich auf den Weg machen. Lad mich lieber auf ein Glas Champagner ein. Es gibt was zu feiern. Ach ja? Was denn? Ich habe gerade ein Haus gekauft. Es ist alles unter Dach und Fach. Wie viele Meter Kleiderschrank brauchst du? Tag das Schau. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja, 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 ja! Oh, ja! Take the shot.